so jetzt ich weiß, das hat mal gesungen nice, solarpanels, würde ich das sagen zwei wenn wir gerade so das Zeug bepowern und ne query solarpanels, wo ich das mal abgebaut habe, war voll für Eisen ne query haben wir auch schon in der unteren Kiste aber ist halt auch nicht so ne ich wusste halt nicht, ob wir lieber eine Musecraft weiterzumachen ah, eine Mining Tortell naja, die hab ich gerade hochgeholt wieder ob wir da lieber ähm wir können ja quasi eine Musecraft weiterzumachen weil, aber wir können ja auch nur besteuern äh, bepowern naja, wir können ja wir können ja quasi eine Musecraft aber es kommt übelstviele Zombies in letzter Zeit obwohl alles ausgeleuchtet ist ähm, wir können wer weiß, wer weiß haha aber hinter dir ist ein Zombie what? ja guck mal irgendwie kommt dieses Modpack übelstviele Zombies, kann das sein, ne? ist mir auch schon aufgefallen und wo kommen die her? das ist alles ausgeleuchtet hinter uns, hinter uns ja, wenn du F7 anmachst da? hier ist rot so da ist hier schon wieder einer guck mal da unten kommt auch einer F7 war's ja, die kommen wahrscheinlich schon ganz oben aber hä? das würde mir irgendwie so anziehen so, hier ist wieder einer da, fuck da ist noch einer da ist noch einer welchen difficulty hast du eingestellt? normal eigentlich weißt du, dass wir quasi in Creative eine Musecraft machen? naja, das ist ja cheating wir wissen das schon ja ja wir können doch mal eine Quelle Loch drüber machen erstmal um erstmal ein paar Ressourcen zu kommen für die Musikkraftwelt ich hab auch ein bisschen die Welt erforscht alles gut ich hab einfach das Tinohr liegen lässt direkt vor deinen Füßen, alter ja, ja die Gänger sind auch noch nicht alle perfekt aus gemeint oh, haben wir ganz schön also das nächste Fräuchten wäre doch einen, hier einen Ofen, ne? guck mal in das Trick rein ja ja weißt du, weißt du wie teuer und schwierig das Zeug ist? echt äh äh die Elektrik voll ist doch so wie immer zum Beispiel nein äh doch, der war schon immer äh Zombie Tim hinter dir du hast gerade getötet was der kickt mir doch in mich rein Alter ich hab auch was zu puttern ich hab auch noch ein Herz hier ähm so nix da sind noch Steaks ja ich will einfach mal die Türen einbauen dann haben wir auch Holz äh da ist Holz Iron Iron Electric Furnace Duck der Electric Furnace der ist einfach Eisen Furnace und ja aber äh mach mal den Circuit der ist schwerer also anders als die jetzigen äh die alten auf aber die Zombie Zombies stoppen ne ne ich krieg das hin ich krieg das hin naja warte mal was zieh zu und staune so perfekt mach die Fakke hin au guck mal guck mal guck mal nicht mal ein Huhn ja äh weiß ich nicht äh bei mir sind die die electronics turk achso iron plate ja und ich hab schon die dinge dazu gemacht die den hammer und so ja aber ist doch nur die iron plate mehr ist es doch nicht was anderes ja aber wenn du die ganzen anderen Sachen Kopper auch achso wir haben keinen Kupfer ja er hat mich verbraucht aber das ist ja jetzt nicht ja aber ein bisschen stein ja bisschen aber ich finde das ist die normalen crafting tier wird auch das merken was drin ist das liegt aber an dem Mod steht ja auch exakt der Mod exakt der Mod der Sack exakt immer ja und noch Zeug ja das ist nur irgendein Mist wir haben noch ein paar Eisenspitzeckern äh hier ich höre nochmal eine Tüttel auf einer höheren okay du hast gesagt unten ist noch was zum ausmeinen soll ich dir mal machen ja ja such mal äh du warte ich zeig's dir wo's wo's sein sollte noch ja so viel ist das nicht ja wenn man jetzt was kaputt soll dann führ mich mal hin da lang da lang da lang den Gang hinter okay also da in den in den Gängen ahja ist schon ahja ist schon klar machen wir noch eine Tüttel klar wie Klosbühe würde ich sagen wenn das so ist dann bringen wir ein bisschen Kohle mit was ist das richtig ja hab ich gerade schon heute gefunden drei Stück ja Kohle haben wir kaum richtig viel Kohle 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 ah Redstone nice ha Kohle Kohle Redstone Kohle Kohle Redstone hui das ist schon Lava oder? krass dann schicke ich mal die Tüttel los Hürttel wo bist du? da die Stripp-Tüttel ah ich hab gern hier meine Koppelstone bisschen näher dran sonst kommt auch immer Lava und ich bin funsch das wäre natürlich nicht so praller ja und du kannst die Fackeln wieder mitnehmen dann können wir den Gang zu machen und haben Fackeln wieder ah do you know what I mean? ja der ist ein nur das dunkelste oh kaputt kaputt ganz viel Kohle und Gold geil ja geil die riesen Goldreiter hier guck sechs Stück oder so richtig ergiebig Fackel weg und oh gott oh gott hier klang grad ein Acrypa da unten hinten ok warte er ist doch nicht alter scheiße ich hab's gehört bis hierher er macht aber auch viel Schaden ich glaub ich brauch noch Rüstung ich hab einen Goldhelm gehabt oh das recht weg na äh magnetmodus das hab ich oh gott da ist schon wieder ein Creeper da sind zwei Creeper alter ich hab's gehört ich hab's überlebt aber äh au wow du hast ein bisschen Koppelstun und da den Creeper den Weg abzuschneiden so böser Creeper böse oh hat schon fast wieder bumm gemacht haha überhaupt nicht Klose oder so ne ne irgendwie ist es aber in letzter Zeit krass krasser irgendwie sind die ganz schön krasser gespawnt ne irgendwie wenn einmal einer gespawnt ist kommt und über den Kilt kommt dauernd neuer ich weiß gar nicht für was man das Kattium oder braucht ist das nicht schon Reaktorkraft schon für irgendwas Reaktor alter weiter ich glaub das das Quarz für Applied Imagistics ist weiter oben dann möchte ich mal die Zeugel weiter oben bauen oder noch eine mehr ist immer gut höchse was war Silvr nochmal gut hm Silvr brauchst du so Zeug bezeug so Zeug hm hätt ich jetzt nicht beantragbar im Lied zwar keine Ahnung nehm ich einfach mal mit so viel war in dem Gang nicht mehr innen aber Tin haben wir ganz wenig ja das ist ja alles in den oberen Schichten ne Copper ist oben Tin ist auch weiter unten aber ja aber nicht so weit unten wie auf Diamante da vorne ist schon wieder ein Kripper im Gang dann baut dieses Yellow und das Zeug äh das ist sehr wichtig äh Yellow achso ok ja daraus kannst du nämlich wo ran machen brennt vor dem Kripper äh wo ging es hier wieder raus ich bin gefangen hm äh haha die Gänge sind etwas verbrennt äh muss ich zugeben ja kann man so sagen so nur ganz kleines bisschen über Silber und Lett gefunden hier dieses Yellow Reitohr weißt du oder was Tim hm meinst du dieses Yellow Reitohr das wichtig das wichtig ist ja ja dann mach mal U drauf mal gucken ob das das richtige ist weil daraus kannst du auch anmachen oh nice lol das ist ja lol u r u u r u r u r schau frau bauern noch vor dieser aber von diesem gelben Zoll gibt es ja relativ viel sogar die Solarpinels sind ja relativ billig relativ na gut mit der Query kriegst du's schnell ah ja Eben. Ah, an meinen totalischen Nerven, die macht dir instant Albus Leben Damage. Tja. Ja. Da hast du schon echt voll die Stellen. Wenn die zurückkommt. Oh, noch grad was ab. Die und deine. Indium Ohr. Boom. Was aus Indien oder was? Ich glaub das war Müll. War Müll, glaub ich. Mal mitnehmen. Ähm. Äh. Äh, 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 äh. Emerald. da drüben ist kohle hat gar kein monster aber besser nicht gesagt geile geile kohle geile geile kohle also natürlich doch wenn man das nur so machen kann mit der automatisierung wahrscheinlich schwieriger ich bin zu oft gestorben dazwischen gemacht weil irgendwie menschen so viele zomis kam es war nicht möglich hat das auch mal jemand gesehen da hat jemand für die meintöte so ein code geschrieben dass die ne enderkiste mitnimmt und sozusagen zwei in der kiste und immer wenn der voll ist spielst du die enderkiste und tut da ja ein stuff rein das wird dann automatisch ausgesaugt am anderen ende und wenn der treibstoff alle ist tut die auch sagen sich treibstoff durch die enderkiste wiederholen ich weiß ich glaube das ist sogar die suchen was ich hab weil da irgendwie mit der enderkiste gefaselt wird dass keine drin ist aber ich hab da jetzt kein aber auch nicht das geld zu sagen so eine ganze welt wird es machen immer so durch die welt graben ich meine die titel sind jetzt gar nicht so schlecht außer dass sie immer wieder aufgehört und kleines in den tag haben deswegen geht man ja dann die enderkiste um das zu beheben das problem die titel ist voll uranium ohr nice les Cauce jetzt krieg ich auch Takes這裡 Ken ja aber immer endlich hin jetzt kriege ich auch immer ordentlich hin OK